music man armada heute für euch im angebot die music man armada das ganz besondere an dieser gitarre ist die mahagoni konstruktion die nämlich sich eines durchgehenden halses neck through bedient sind angesetzte seiten teile verwendet worden wir haben eine aufgesetzte flame maple decke die allerdings hier nur in keilform wie man sieht funktioniert hauseigene custom hamburg von music man klassisch geschaltet hals mitte steg besonders an der gitarre ist noch der kompensierte sattel der wirklich wenn die gitarre mal gestimmt ist sehr viele auswirkungen hat auf das gute tuning in den unteren lagen das war's auch schon wenn uns die sounds an der hals pick up mittelposition dritte spiegel hals pick up verzerrt zwischenposition dritte spiegel Die Music Man Amada wird im schönen Kalifornien hergestellt, bedient sich bester Materialien, hat ein sehr angenehmes Gewicht für eine Voll-Mahagoni-Gitarre, ist eine Empfehlung wert. Sie kratzt natürlich die 4.000 Euro Marke mit empfohlenen 4.300 Euro. Man kriegt dafür aber wirklich das Beste, was es auf dem Markt gibt. Mir hat sehr viel Spaß gemacht. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.